Für viele ist heutzutage Einkaufen nicht gleich einkaufen. Einfach nur in den Laden zu gehen und Dinge in den Korb zu legen, ist vielen zu langweilig. Shopping muss zum Erlebnis werden und viele Unternehmen lassen sich gern auf das Spektakel ein. So auch Potter Möbel in Dessau-Roslau. Dort bekamen die Kunden am Samstag etwas Außergewöhnliches geboten. 16. Geburtstag vom Einrichtungshaus, 16 Jahre am Standort hier. Und das wollen wir natürlich mit unseren Kunden und Kundengebühren feiern. Deswegen haben wir gestern zum großen Mitternachtsshopping eingeladen. Und heute haben wir so ein ganz besonderes Event, Hochseilartistik. So einfach auch so ein bisschen Dankeschön zu sagen für die vergangenen 16 Jahre. Und in dem Wissen, dass wir nur deswegen erfolgreich sind, weil unsere Kunden zu uns kommen. Waghalsig probierte sich Dean Schmidt im Motorradfahren aus. Doch nicht etwa auf sicherem Boden wollte er seine Show demonstrieren, sondern hoch oben auf einem schmalen Seil. Nach einer kurzen Probefahrt in schwindelerregender Höhe setzte der Hochseilartist, welcher im Übrigen auch beim diesjährigen Supertalent zu sehen sein wird, noch einen drauf und nahm kurzerhand nach einem Passagier mit. Auch Olaf Tratsch, Geschäftsführer bei Porter Möbel in Dessau-Roslau, war begeistert von der Darbietung und will sich auch weiterhin etwas Besonderes für seine Kunden einfallen lassen. Ja, wir befinden uns derzeit in unserer Saison, die von September bis Ende November geht. Wir haben nächste Woche unser Kochevent für unsere Kinder, Kinderkochclub. Dann schließt sich unsere Meterküchenaktion an und Anfang Oktober dann der erste Verkaufsöffner Sonntag im Herbst. Und es geht dann Schlag auf Schlag. Jede Woche ist ausgefüllt, weil, wie gesagt, wir in unserer Möbel-Saison sind. Neben der guten Unterhaltung zieht es aber die Kunden vor allem wegen der guten Angebote in das Einrichtungshaus Porter. Eine große Bandbreite wird geboten und so laden auch viele ausgestellte Polstermöbel zu einer Sitzprobe ein. Durch die Gänge streifen, sich inspirieren lassen und das ein oder andere Schnäppchen mit nach Hause nehmen. So macht Einkaufen Spaß. Vorbeikommen lohnt sich immer. Sei es das Restaurant, sei es die netten Leute hier oder das Möbelangebot. Also vorbeikommen lohnt sich immer. Seit 1. September im Übrigen von 10 bis 20 Uhr, von Montag bis Samstag. Wenn Sie sich neu einrichten oder einfach nur inspirieren lassen wollen, kommen Sie doch einfach vorbei in Ihrem Porter Möbelhaus in Dessau-Roslau.